Wir können schon mal die Folie, die erste, uns anschauen, das ist das Thema heute. Heute geht es um die Zeit, um die Zeit. Und ich brauche euch beiden mal, und zwar möchte ich Folgendes mit euch machen. Ich möchte mal euch bitten, dass ihr jetzt, ich gehe da ein bisschen in den Hintergrund, damit ihr nicht mein Ohr sehen könnt, dass ihr nach einer Minute, wenn ich sage Start, dann nach einer Minute geht ihr wieder runter auf eure Plätze. Okay, jetzt muss ich erst mal wieder einschalten. Das Handy, Brotmarmelade kommt gerade. Ach so, also Hilfsmittel dürfen wir nutzen, ne? Nein, kein Hilfsmittel, keine Ohren. Ohren bitte verstecken, ja. Bei den Brüdern muss man mal aufpassen. So, ab jetzt. Die Spannung steigt immer mehr. Habt ihr auch wieder in der Brille ein Ohr drin oder so? Mal gucken, ja. Mal gucken. 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 Vielen Dank. Das war richtig, weil wir näher dran, Silvio war näher dran, hat nur eine Sekunde nach einer Minute, also ihm einmal im Haus. Aber ich muss auch Marco loben, es waren nur 13 Sekunden, die er später dann gegangen ist. Also 13 Sekunden, also man merkt, gefühlte und wirkliche Zeit sind manchmal wirklich völlig unterschiedlich. Es kommt einem etwas endlos lang vor und wenn man so frisch verliebt ist, dann vergeht die Zeit viel zu schnell. Ja, ihr kennt alles und der Prediger hat sich damit beschäftigt und das ist heute Predigtext aus Predigt Kapitel 3, Abvers 1. Dort lesen wir und das möchte ich gerne mit euch lesen. Wir können die nächste Folie uns anschauen. Da schreibt er, alles hat seine Zeit und jede Erfahrung hat ihren Augenblick. Kinder bekommen hat seine Stunde und auch der Tod hat seine Zeit. Saat und Ernte haben ihren eigenen Tag. Die Augenblicke von Bedrohung und Angst gehören zum Leben. Heilen und vergeben haben ihre Stunde. In Minuten stürzt vieles ein, Zeit braucht es, um aufzubauen. Kostbar ist die Stunde des Weinens. Befreiend sind die Augenblicke des Lachens. Es gibt auch Zeiten des Tanzens und Stunden gibt es, alles hinzuwerfen. Augenblicke dagegen, wo ich das Leben einsammeln möchte. Jede Umarmung hat ihre Zeit, aber auch die Erfahrung einander fremd zu sein. Ich kenne Stunden des Suchens, ich kenne auch Stunden gähnender Leere. Es gibt Zeiten zum Behüten, genauso auch Zeiten des Loslassens. Schweigen hat seine Bedeutung, es sind Stunden der Stille, Reden hat seine Zeit. Liebe und Hass, beides sind Erfahrungen, die zum Leben gehören. Was hat ein Mensch von seiner Mühe und Arbeit? Ich habe die fruchtlose Beschäftigung gesehen, die Gott den Menschen auferlegt hat. Er hat für alles eine Zeit vorherbestimmt, zu der er es tut und alles, was er tut, ist vollkommen. Dem Menschen hat er ein Bewusstsein von der Unendlichkeit der Zeit gegeben. Aber von dem, was Gott in dieser unendlichen Zeit tut, kann der einzelne Mensch nur ein winziges Stück erkennen. Ich war zu der Erkenntnis gekommen, das Einzige, was der Mensch zu seiner Freude tun kann, ist, dass er sein Leben genießt, solange er es hat. Wenn er aber zu essen und zu trinken hat und genießen kann, was er sich erarbeitet hat, dann verdankt er das der Güte Gottes. Jetzt aber habe ich erkannt, alles, was Gott tut, geschieht nach einem ewigen Gesetz. Der Mensch kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Er kann nur Gott für sein unbegreifliches Tun verehren. Wir leben in einer Zeit, wo man Zeitmanagement ganz wichtig braucht, denn wir wissen, Zeit ist etwas unendlich Wertvolles. Der Volksmund sagt, Zeit ist Geld. Aber Geld haben wir nicht. Das ist dann die nächste Konsequenz. Jede Minute, die ich lebe, erlebe ich nur ein einziges Mal und dann ist sie schon wieder weg. Wir sind jetzt schon wieder einige Minuten weiter als diese eine Minute, die ihr hattet. Kein einziger Mensch von uns kann Zeit ansparen für Zeit, wo er sie braucht. Und auch keiner kann die Zeit beschleunigen, damit sie schneller vergeht. Wir können auch nicht die Zeit anhalten, weil wir wollen, dass dieser Moment, dieser Augenblick unendlich werden soll. Ich hoffe nicht, dass das bei der Predigt jetzt passiert. Ich denke, wir können die Uhr umstellen, Sommer-Winterzeit, Winter-Sommerzeit und stöhnen dabei und die Tiere, die spielen verrückt und diese Sache sollte man wirklich bald beenden. Aber eigentlich ist das der Zeit völlig egal. Eine Stunde vor oder zurück, die Zeit bleibt dieselbe. Ich denke, dass wir, um mit Zeit richtig umgehen zu können, ein Zeitmanagement durchaus mal besuchen sollten. So ein Training für Zeitmanagement. Wie teile ich meine Zeit ein? Aber eigentlich ist das Wort Zeitmanagement falsch. Weil wir können die Zeit nicht managen. Wir können nur in der Zeit managen. Wir haben nur eine bestimmte Zeit. Und da ist es auch gut, dass wir damit verantwortlich umgehen und nicht einfach nur so alles durchleben. Der größte Chef und das kleinste Kind, alle haben dieselbe Zeit. 24 Stunden am Tag, 60 Minuten die Stunde. Das bleibt. Gott ist der Herr der Zeit, nicht wir. Wir sind nicht die Herren der Zeit. Wir haben nicht die Gewalt darüber. Und Zeit hat man eigentlich auch nicht, sondern man nimmt sie sich, man nutzt sie. Und die Frage ist, wie wir sie nutzen. Das ist ganz entscheidend. Und darauf weist auch der Schreiber hier hin. Er spricht davon, dass wir nicht bestimmen können, wann wir geboren werden. Das hättest du dir vielleicht anders vorgestellt. Vielleicht so in einer wunderbaren, besseren Zeit. Aber unsere Zeit ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wir erkennen auch nicht den Tag und die Stunde unseres Todes. Und wir wissen auch nicht, ob das Wetter das zulässt, ob wir pflanzen können oder ob der nächste Morgenfrost uns wieder alles kaputt macht. Selbst da sind wir unsicher. Klar, wir können den Wetterbericht drei Tage im Voraus schon erkennen. Aber weiter ist alles Vermutung. Der Prediger beschreibt hier 14 Gegensätze. Er beschreibt einmal diese beiden Pole, zwischen denen wir hin und her pendeln. Das Lachen und Weinen, das Geborenwerden, das Sterben, das Suchen und Verlieren, Umarmeln, Loslassen. All das wechselt sich in unserem Leben ab und wir kennen das. Keiner von uns geht nur auf einem Höhenflug durchs Leben, sondern wir kennen beide Seiten des Lebens. Und die Bibel beschreibt uns das ganz natürlich und normal. Und wer meint, dass er im Schlaraffenland schon jetzt lebt, der muss diese ganzen Stellen, die wir auch im Hebräerbrief finden, einfach rausstreichen. Der Unterschied ist, dass Gott in den Höhen wie auch in den Tiefen unseres Lebens bei uns ist. Er ist in die Tiefe unseres Lebens gekommen zu Weihnachten. Er ist einer von uns geworden. Und er hat die Möglichkeit, gerade auch in den Tiefen unseres Lebens ganz stark da zu sein und so, dass wir ihn erleben und spüren, wir sind nicht allein. Wir sind nicht verloren, sondern wir sind aufgefangen in seiner Hand. Es gibt natürlich Menschen, die vor lauter Angst, dass die schöne Phase bald zu Ende ist, ganz traurig werden und dann sich gar nicht in der schönen Phase des Lebens freuen können. Und das sagt er, das tut nicht. Und andere wieder, die haben Angst vor der nächsten Krankheit und können die Gesundheit gar nicht genießen. Und manchmal wird man krank, wenn man immer nur auf das Negativ und was kommen könnte, blickt. Davor möchte uns der Schreiber hier bewahren. Und ich bin dem Prediger sehr dankbar, dass er darauf hinweist, dass Gott der ist, der die Zeit in der Hand hält. Er ist der Herr der Zeit. Vers 11, Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Da haben wir Schwierigkeiten, das zu verstehen. Wie geht das, dass wir uns frei entscheiden können und dass trotzdem Gott weiß, wo es lang geht. Das ist eine Spannung, die können wir schwer auflösen. Aber die Bibel beschreibt sie so. Deshalb ist es so wichtig, so grundlegend wichtig, dass wir den kennen und mit dem in Beziehung leben, der die Zeit kennt. Und der auch uns kennt. Dem wir nicht egal sind. Nun gibt es eine Spannung zwischen dem Urvertrauen und dem Urvertrauen. Wem vertraust du? Der Ur? Ich liebe die Feuerzangenbowle mit Heinz Rümern. Zum Leidwesen meiner Frau. Ich habe sie bestimmt schon sieben oder acht Mal gesehen. Und ich habe sie auch wieder Weihnachten geschaut mit meinem Schwiegersohn zusammen. Ach, es war wieder toll. Ja, wie dieser Penelenschüler da seinen Professor veralbert, indem er die Ohren einfach zurückdreht. Ja, und dann kommt er zu spät in die Schule. Eine Stunde zu spät. Ja, eine Erfahrung, die uns erschüttern kann. Wenn auf einmal wir zu spät sind, weil die Uhr stehen geblieben ist oder weil irgendwas nicht funktioniert hat. Ich finde mein Vertrauen bei Gott. Wer in den Wechselfällen des Lebens bei dem Auf und Ab, was wir erleben, diesen Grund gefunden hat in seinem Glauben, in seiner Beziehung zu Jesus, der kommt durch. Der weiß, dass die Zukunft nicht irgendeinem blinden Schicksal gehört, sondern einem lebendigen Gott, der in meinem Leben und in deinem Leben ganz, ganz wichtig sein möchte. Und der ein Interesse an dir hat, das kann ich manchmal nicht verstehen, acht, neun Milliarden Menschen und er kennt die Einzelnen. Das kriegt er wunderbar hin. Ich weiß nicht, wie viele wir jetzt genau sind, die Zahlen, die sind immer so die Statistiken. Wenn wir mit diesen Pendelschlägen des Lebens gut leben möchten, dann brauchen wir diese ganz starke Beziehung mit Gott. Und das ist wichtig, weil er der Manager der Zeit ist. Wir können in einem so kontrastreichen Leben ihm vertrauen, in Angesicht all der Schwierigkeiten, die wir auch in unserer Zeit haben, können wir ihm vertrauen, weil wir wissen, er hat die Zeit in seiner Hand. Und da lesen wir in Vers 12 und 13. Von dem her wurde mir klar, dass es das Beste für den Menschen ist, sich zu freuen und das zu genießen, was er hat. Denn es ist ein Geschenk Gottes, wenn jemand isst und trinkt und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann. Marco, wir haben gestern darüber gesprochen, wir leben manchmal so in der Zukunft. Wir machen uns Gedanken, oh 2024. Und dann fangen wir an zu überlegen und wir wissen überhaupt nichts. Wir wissen nur, dass wir in Gottes Hand sind. Und dass die Dinge des Lebens, die er uns schenkt, aus seiner Schöpfung und im Angesicht seiner Schöpfung wir dankbar und verantwortlich genießen können. Natürlich mit verantwortlichem Umgang mit dem, was Gott uns da schenkt. Es ist die Einladung, trotz der Schwierigkeiten, dankbar im Leben zu leben und das Leben zu genießen. Bitte, man möge uns Christen nicht vorwerfen, wir seien also lustfeindlich, genießerfeindlich. Das stimmt nicht. Es gibt eine Gruppe im Christentum, die immer, die Puranisten nannte man die, die immer alles schlecht machen. Also Sex ist schlecht und Essen ist schlecht, Trinken ist noch schlechter. Die hatten nur einen Fehler, nur rauchen war gut. Aber das stimmt ja nicht, das wissen wir mittlerweile. Wir wissen doch, dass Gott uns das Leben füllt. Und dass wir uns auch freuen dürfen an den Dingen, die wir uns erarbeitet haben. Wisst ihr, wie schön das ist, wenn du dann die Kartoffeln erntest im Kleingarten und da kommen so wunderbare, große Knollen, wo du vorher so kleine reingelegt hast. Ist das nicht ein Traum? Und wenn ich die heute Mittag esse, dann schmeckt mir das umso besser, weil ich weiß, was ich da esse. Nun kann nicht jeder einen Garten haben, aber wir dürfen dankbar leben. Es gibt etwas, was unser Urvertrauen kaputt macht, gerade in unserer Zeit. Dieses nämlich, dass alles sinnlos ist. Sagt er ja, eitel und sinnlos. Das ist dieser Pessimismus, der sich bei uns breit macht. Und der ist wie ein Virus, der uns ansteckt. Der ist also so stark in unserem Volk. Und wir als Christen haben dagegen etwas zu setzen, nämlich wir haben eine gute Nachricht, Evangelium. Wir haben die Revolution der Liebe Gottes, die sich in dieser Welt ausbreiten möchte. Wir haben es erlebt, dass Gott uns zur Schuld vergeben hat. Wir haben erlebt, wie Beziehungen heil geworden sind. An einigen arbeitet Gott noch, stimmt. Aber wir haben Hoffnung und Perspektive. Und wir wissen, dass wenn etwas zerbricht, es einen Neuanfang geben kann. Wir werden nicht festgenagelt auf unser Versagen der Vergangenheit. Und die Fehler, die wir gemacht haben, wir müssen manchmal die Suppe auslöffeln, ja. Aber manchmal hilft Gott auch, indem er einen Schwab abnimmt. Versteht ihr? Das funktioniert nicht. Und ich denke, dass wir als Christen aufstehen müssen, gerade in dem Jahr 2024. Und wieder Evangelium verkündigen. Gott liebt diese Welt. Es gibt nichts Größeres. Und dieser Gott will mit uns sein, will uns Kreativität schenken, will uns Neues geben, damit wir Ideen haben, wie wir Menschen ermutigen können und ihnen helfen können. Warum denn? Weil er uns unendlich liebt. Diese Liebe wird nicht aufhören. Pessimistische Sicht. Interessant ist, dass es hier darum geht, dass wir Essen und Trinken und guten Mut bei allem haben, weil es eine Gabe Gottes ist. Wir vergessen nicht, wo es ankommt. Der Pessimismus sagt, lasst uns Essen und Trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist aber nicht die Haltung des Predigers hier, sondern er sagt, wir freuen uns an dem, was Gott gibt und danken damit Gott. Also es ist nicht die pessimistische Grundhaltung, sondern es ist das Wissen darum, dass Arbeit nicht nur Fluch ist, sondern auch Segen sein kann. Dass gelingendes Leben etwas Wunderbares ist und ich dankbar aus Gottes Hand leben darf. Und das wissen wir, Leben ist ein Geschenk. Sola gratia. Seit der Reformationszeit wissen wir, dass wir aus der Gnade leben. Martin Luther hat es uns beigebracht wieder, war verloren gegangen. Und dann gibt es ebenfalls einen Vertrauensverlust durch den Machbarkeitswahn. Dass wir glauben, wir könnten alles machen. Es ist alles machbar. Du bist deines Glückes Schmied. Aber nicht jeder Schmied hat Glück. Da fällt dir mal der Hammer auf den Fuß. Dann weißt du, wenn die Zehen blau sind, wie schön das ist. Nein. Du kannst dir einiges erarbeiten. Erfolg, Anerkennung, ja. Aber Glück und gelingende Beziehungen, da kann ich investieren. Aber da ist ganz viel Geschenk. Es ist mir ein Mensch begegnet, dass ich in einer Gruppe leben darf von Menschen. Dass wir eine solche Gemeinde sein können. Das sind so viele Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann. Neben denen, die ich beeinflussen kann. Der Prediger hier, der Salomon, meint nicht, alles ist sinnlos und hat keinen Sinn. Und er meint auch nicht, alles ist machbar. Sondern er zeigt uns die Realität des Lebens. Und diese Gelassenheit in unserem Leben entsteht dort, wo wir in die Beziehung mit Gott investieren. Dort, wo wir in der Lage sind, auf Gott zu hören und mit ihm zu leben. Und uns erinnern daran, dass wir einen Gott haben, der nicht gegen uns ist, sondern der uns beschenken will. Der uns am stärksten beschenkt hat mit seinem Sohn und der Vergebung durch ihn. Und nun möchte Gott, die letzte Folie schauen wir uns an und wir sehen jetzt auf der letzten Folie, die Eisenbahn, die hier in Wilkau Station macht und dann über Kirchberg irgendwo ins Vogtland gefahren ist. Das Bild ist von 1973. Ich fand dieses Bild einfach schön, weil es genau das ausdrückt. Wenn wir im Neuen Testament schauen, wie das Neue Testament Zeit beschreibt, so beschreibt es sie einmal als einen punktuellen Zeitpunkt, nämlich dann, wenn der Zug hält und wenn er wieder losfährt. Und dann aber auch als einen Zeitverlauf oder als ein Zeitfenster, in dem ich mich bewegen kann. Das ist das, wenn wir im Zug sitzen und vorbeirauscht die wunderbare Landschaft bei 30 Stundenkilometern. Schade, dass es diese Bahn nicht mehr gibt und auch keinen Fahrradweg auf dieser Bahnstrecke. Ich liebe es, wenn man dort Fahrradwege baut. Und dann merken wir, dass wir ein Empfinden auch haben für etwas, was es gibt, was ewig ist. Hier lesen wir auch, hat er, Gott, die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk Gottes, das Gott tut. Also wir haben eine Ahnung als Menschen, dass wir nicht nur für ein Leben auf dieser Erde bestimmt sind, sondern dass etwas an Ewigkeit in uns schlummert. Und er möchte, dass wir in diesem Leben diese Ewigkeit leben, dass wir den Zeitpunkt, wo der Herr ruft, nicht verpassen. Es gab am Anfang der Kirche eine Macke, die sie hatten. Und zwar, die Kirchenväter berichten davon, dass die Menschen dachten, ja, ich lebe erst noch ohne Gott, da kann ich alles machen, was ich will. Und weil das war ja anstrengend, so richtig ernsthaft Christ zu sein, dachten die Leute. Denken sie auch viele heute noch. Ich finde es die befreiendste Lebensform überhaupt. Und dann so kurz vor meinem Tod, wenn ich dann so kurz davor bin, dann bekehre ich mich, dann werde ich Christ. Ja, es hat aber nicht immer funktioniert. Gerade bei den kriegerischen Auseinandersetzungen damals kam manchmal sehr plötzlich der Tod. Und auch heute erlebe ich, dass Menschen so denken, dass sie denken, ich habe noch Zeit und es wird schon irgendwie. Du weißt nicht, wie viel Zeit du hast. Deswegen schreibt der Hebräerbrief ja auch, heute, wenn du seine Stimme hörst, wenn du nicht, oh, ich kriege jetzt Besuch hier. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Wenn wir Gottes Wort hören, wenn wir merken, das merkst du in deinem Herzen, Gott meint mich, das redet dir nicht irgendeine Prediger ein, sondern du merkst das, du spürst das. Das ist der Sensor, den du hast in dir als Mensch. Dass du wie eine Antenne auf Empfang gehen kannst bei Gott. Dann reagiere darauf. Verpasse die Zeitpunkte, die Gott in deinem Leben setzt, nicht. Das steckt hier ebenfalls drin. Heute, nicht gestern, nicht morgen, jetzt. Mach es fest mit Gott. Lade ihn ein in dein Leben. Ganz bewusst und sag, ich möchte dich kennenlernen, Gott. Ich kenne dich nicht. Oder ich weiß noch ein bisschen von dir. Bitte zeig dich mir in deiner Liebe. Und wenn er sich dir gezeigt hat, dann merkst du auch, dass er einen Anspruch auf dein Leben hat. Er möchte mit dir in Beziehung treten. Und nicht irgendwie, sondern sehr deutlich. Und er möchte nicht nur dein Gast sein, sondern er möchte der Herr deines Hauses sein, deines Lebens. Darum geht es beim Christentum. Es geht nicht darum, irgendeine religiösen Gefühle zu empfinden, so bei so einer wunderbaren Lobpreisband wie heute. Ihr wart einfach spitze. In so ein Gefühl hineinzukommen. Oh, ist das schön. Nein. Es geht darum, dass Gott in deinem Leben das Sagen hat. Bestimmen kann. Dich führen kann. Dich bewahren kann. Und du mit ihm in eine Gemeinschaft, in ein Bündnis, in ein Beritt hineinkommst. Das ist das Ziel Gottes. Das hat er ganz deutlich in der Bibel immer wieder aufgezeigt. Kannst du dort lesen. Das möchte er. Diesen Zeitpunkt nicht zu verpassen. Das Zweite ist ebenfalls wichtig, dass wir auch die Zeitfenster nicht verpassen, die Gott uns gibt, Dinge zu klären. Vielleicht ein Wort der Vergebung auszusprechen. Einen Brief zu schreiben. Einen Anruf zu tätigen, wo Verletzungen sind. Ich erlebe unter uns, in unserer Region so viel engstirnige Verbitterung, weil man sich gestritten hat und der eine meint, er hat Recht und die anderen müssten es nur erkennen. Und der andere hat auch der Meinung, dass er Recht hat. Und dann können die nicht mehr miteinander reden, nur weil sie einen Meinungsunterschied haben. Das gehört zum Menschsein dazu, dass wir Meinungsunterschiede haben. Nicht jeder findet mein Jackett und Hemd schön, muss er auch nicht. Ich finde es schön. Nur mal so ein blödes Beispiel jetzt. Wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Vor allem nicht, wenn es um nicht so heilsnotwendige Dinge geht. Sondern sich auch stehen lassen zu können. Und auf den anderen zuzugehen und zu sagen, ich wollte dich nicht verletzen. Aber ich habe nur mal die Überzeugung, muss da auch aushalten. Aber tut mir leid, wenn es dich verletzt hat. Das wollte ich nicht. Wir müssen es lernen, gerade in unserer Zeit, diese Gelegenheit, die Gott uns schenkt, zu nutzen, um Vergebung auszusprechen und Vergebung auszuüben. Und auch andere bitten um Vergebung, wo wir wie der Elefant im Porzellanladen das ganze Geschirr kaputt gemacht haben. Glaube hat seine Zeit und Nichtglauben hat ebenfalls seine Zeit. Ich muss mir jetzt auf die Uhr gucken, damit ich nicht so lange predige und ihr nachher nach dem vielen guten Essen in der Weihnachtszeit nicht mehr zuhören könnt. Lasst uns Zeit nutzen. Lasst uns Zeit nutzen. Und ein ganz wichtiger Nutzen ist die Zeit, wo wir nichts tun vor Gott. Einfach zur Stelle kommen. ihn reden lassen. Zeit uns nehmen für die Gemeinschaft mit Gott. Ich weiß, das ist eine bedrohte Geschichte, weil ich selber, du hast schon wieder in den nächsten Gedanken, was müssen wir dann machen und das noch und die Predigt noch und der könnte noch besucht werden. Ich kenne das als Pastor. Aber ich brauche diese Zeiten. Ich brauche diese Zeiten der Stille. Wir werden jetzt gleich ein Lied miteinander singen, was uns erinnert, dass Gott hineingekommen ist, auch in die Stille. Stille Nacht, Heilige Nacht. Und ihr könnt als Musiker schon mal nach vorne kommen. Dieses Lied macht uns deutlich, dass wir in der Stille Gott begegnen können. Dass er heruntergekommen ist in unser Leben. Und die Frage, die du dir, wenn du das Lied singst, stellen musst, ist dieser Jesus, den Gott uns gesandt hat, ist er der Herr meines Lebens? Darf er mit mir Beziehung leben? Darf er bestimmen? Wenn du das nicht sagen kannst, dann wäre es wichtig, dass du das heute festmachst. Wir werden im Anschluss hier an den Gottesdienst hier vorne ein Gebetsteam haben. Und du kannst dann mit dir beten lassen. Die Leute können dir auch sagen, wie das geht, wie man das betet und wie man das macht. Ich hoffe, ich erschrecke euch jetzt nicht, wenn ich sowas sage. Und es kann auch sein, dass du etwas aufräumen musst, was im Weg steht, was die Beziehung zwischen dir und Gott und zwischen dir und einem anderen Menschen blockiert. Lass mit dir beten. Und triff eine Entscheidung. Ich möchte dir begegnen, Gott, und ich möchte mit dir leben. Im alten Jahr. Vielleicht ist es auch wichtig, dass wir Dinge loslassen. Einfach ablegen, zur Seite legen, um frei zu sein für das, was Gott mit uns tun will. Ich möchte mit uns beten. lebendiger Gott, ich staune immer wieder darüber, dass du einen solchen Weg gewählt hast, zu uns zu kommen. Du hast dich erniedrigt, wurdest Mensch, wurdest einer von uns und hast alles gegeben, damit wir das erkennen, dass du uns liebst und die Beziehung mit dir möchtest. Herr, wir haben dieses Jahr jetzt hinter uns, wir legen es zurück dankbar in deine Hände und bitten dich, dass du die Dinge, die uns nicht gelungen sind, einfach von uns nimmst, vergibst und uns befreist. Danke, dass du der Herr bist, der eine ewige und eine irdische Zukunft für uns hat. Amen.